hey leute und willkommen zu einer neuen runde minecraft bedross mit mir dem torben und der severanov ist auch wieder dabei und wir spielen heute auf einer der letzten neuen maps also es sind nur noch die 8x2 und die 8x1er maps neu wir spielen nämlich auf tippys 8x2 der severanov ist mit dabei wo sie großen reihen gehört was ist hier dann die taktik severanov in die mitte rennen oder in die mitte bauen oder eher nicht weil ich bin da so immer so ein bisschen am überlegen bei achtmal dienstums maps zu den basen ja ja aber wir brauchen halt auch schon bogen du das bett dann ist eine gute idee einmal gucken kommt niemand jetzt kommt niemand also jetzt ist gerade klug sich in die mitte zu bauen zack ich mach das mal vielleicht kriegen wir da gut gold also passt kurz auf ja hol den schwert oder so severanov du musst dich ihr kümmern dann auf unsere base ein bisschen aufpassen kapitel soweit ich spiele 8x1er maps eigentlich es geht so gerne weil ich halt noch nicht mit der taktik so richtig klar komme was man wirklich machen soll am besten schnell du bist der erste ja ich weiß ich schon mit dass das gold steht hier ist eine mit rüstung und so wie ist das anders pass auf ich glaube ich schätze er wird hinter mir herren so war noch so war noch blau kommt so war noch von rechts von rechts von dir aus gesehen rechts doch guck doch hast du sie gesehen ja ich schieße runter kein ding zack okay wir können eigentlich zu denen hingehen theoretisch sogar oder machst du das halt ich denke die base ich denke die base renn du zu denen hin zu dran auf machst du sehr gut die kriegst du beide ich vertraue dir okay ja du schaffst das locker ist und jetzt destroy sie ein hasse noch einer wo ist der komplett zu uns nieder ja doch der kommt tatsächlich aber den krieg ich bestimmt moment mit etwas glück ok sehr gut die beiden grünen in der mitte die werden sich also gutes gold holen gerade ach sie waren auch hier komm mal wo bist du ich habe eine überraschung oh gott hier guck mal ich habe eine überraschung für dich ist stark oder gehe ich jetzt auch ein bisschen hart drauf ab so ok wir lassen wir in die mitte warte ich hole mir eben rüstung und schwert hol dir auch noch leder rüstung und weil grün hat sonst einen zu krassen vorteil die waren ewig in der mitte zu zweit und jetzt fand ich ah einer ist gestorben lol ok wenn er nicht sein gold nach hause gebracht haben die aber ein ordentliches problem ich hole mir eben blöcke könnte vielleicht ganz wichtig ja geh schon mal ich komme auch komm wir müssen uns beeilen damit die anderen halt keinen bogen haben und uns runter schießen können weil ich nicht viele teams werden im bogen haben wir und grün schätze ich so also einfach auf grün aufpassen sie aber noch stelle ich genau hier hin guck du weißt wo da da genau hier und dann schießt ich ja da kommt einer ich helfe dir 123 kommen die kriegen war es ist locker locker session so haben wir haben die mitte das könnte was werden weiter nur gründecken das ist der einzige weg in die mitte digga warte guck sebranoff da kommt ein blauer oder keine ahnung schwarz achso den hätte ich vielleicht durch rennen lassen sollen zu grün sorry so ähm ok ähm wir müssen halt nur aufpassen sebranoff guck du stellst dich ungefähr hier so hin halt und passt auf und ich stelle mich ungefähr hier so hin damit ich auch da aufpassen kann aber auch sehe ob sich einer von pink zu blau baut oder so und wir können jetzt erstmal ein bisschen sparen damit wir uns krasse sachen kaufen ok das mit dem hinstellen hat ja gut funktioniert ah orange guck mal orange will sich glaube ich gerade einer zu uns bauen so wie ich das richtig sehe nein bleib du weiter dahinten bleib du weiter dahinten den kriege ich wenn der sich hin bauen will nein lass den lass den lass den achso ok der hat eh keine chance aber egal lass ihn trotzdem der will erzählt so kriege ich ihn da runter ah shit schade ok egal ähm jo wenn er dir irgendwas wir bleiben erstmal hier ok einfach hier bleiben naja funktioniert ja gut dann geh halt alleine schaff ich das auch du musst mich halt nur warnen wenn einer zu uns kommen sollte oder so ok schwarz rennt gerade einfach mal zu grün ich lass ihn da vielleicht kann er ja was reißen einen hat er auf jeden fall aber ich schätze jetzt wird er dabei drauf gehen jo und er hat das spiel direkt mal verlassen einfach gerage quält der arme junge dann werde ich den da hinten vielleicht mal ein bisschen equip wegnehmen tschüss so damit die sich da besser bekriegen können den guten alten geweiht habe ich nämlich getötet aber wenn der pinke sich jetzt nicht beeilt danke sonst schieße ich dich nämlich auch runter entscheid dich tschüss so ähm mhm was ist da perfekt danke junge sehr gut so war noch oh da kommt ein grüner da kommt ein grüner guck mal runter lass 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 ihn lass ihn lass ihn lass ihn lass ihn der rennt jetzt zum schwarzen team und will das zerstören lass ihn dann haben wir weniger arbeit so war noch lass den schwarzen auch die können sich vielleicht gegenseitig zerstören das wäre echt eine coole sache weil dann müssten wir einfach nur noch dann sind einfach nur noch die beiden teams da das wäre so episch aber guck mal ein grüner will glaube ich ah ne lass ihn lass ihn lass ihn du musst halt immer du musst halt so ein auge dafür haben was die vorhaben ne wie viel gold hast du 6 habe ich wir sparen auf den besten bogen jetzt habe ich 8 wie viel hast du oh sebranov oh gott alter ja bester bogen passt du kurz auf grün auf dankeschön ich weiß dass du ja sagst oh ok ein grüner ist down beide grünen sind down zwei beste bögen ja dann brauchen wir ok ja ok dann warten wir noch ja ja ach eigentlich eigentlich haben wir Zeit zu veran auf lass die erstmal bekriegen sich lass mal ein bisschen zu gucken so upsala ist ja auch mal ganz cool die runde geht es sieben minuten wenn die ein bisschen länger wird und so ne wir müssen ja nicht direkt einmischen das sind hier einfach so zwei coole kriege dazwischen grün danke grün und schwarz und guck mal der da ist noch viel cooler weil die bauen sich da einfach so richtig komisch lang nein ooooh du hättest ihn versuchen lassen grün zu zerstören weil die sind glaube ich am besten noch auch also nicht vom equip sondern vom können her dankeschön ja ich könnte jetzt ne kann ich noch nicht doch kann ich aber warte wir bleiben noch hier lass ihn lass ihn severanov lass ihn du musst halt bedenken wenn der da durchkommt haben wir ein team weniger vor unserer brust so die grün sind beide da so die grün sind beide da das ist schon mal gut und es läuft wir sparen noch ein bisschen weiter ich könnte zwar schon zwei beste bögen holen aber das macht gerade glaube ich keinen sinn guck mal jetzt hier gleich team grün zerstört äh team türkis zerstört wie ich gesagt habe jetzt können wir die pinken da runter schießen ok lass ihn also er hat es geschafft meine ich damit team türkis wurde vernichtet achso das weißt du ich wollte schon sagen wir hatten bogen ja wir werden gleich einfach den übelsten equip vorteil haben du musst jetzt nur noch auf grün aufpassen am besten da kommt ein ach ne lass ihn lass ihn lass ihn lass ihn lass ihn sehr gut pass einfach auf dass kein grüner in die mitte kommen ja und ich achte einfach auf die anderen teams nein ich hole du pass einfach auf du kriegst das gebacken ich vertraue dir bei der einen sache mal ich bin jetzt schon da hast du die beste chestplate ich hoffe es für dich sonst hole ich dir eine schreib mir bitte ja oder nein nein ok dann hole ich dir eine und eine kiste wo ich den alten bogen rein tue könnte vielleicht auch eine kluge sache sein so also du passt gut auf grün auf ne damit keiner kommt jetzt lass das gold erstmal liegen so der alte bogen kommt da rein und das kommt da rein und das und das und das und das und das so mein metat ist geordnet achso das schwert kann da auch noch rein natürlich ok severanov wir kriegen das hin ey da wird eine schnieke zweierrunde pass auf severanov ne du musst mehr auf grün aufpassen da braucht sich einer zu uns hier nimm den bogen nimm den bogen und dann schießen wir den da hinten runter den kleinen schwanz so der weiß wohl nicht mit wem er sich da anlegt anlegt was macht der schwarze denn jetzt die verwirren mich alle ein bisschen die bauen hier so viele verbindungen guck mal ja aber ok lass ihn machen sehr gut jetzt schießt den grün da hinten runter hä was macht der schwarze ich verstehe ihn nicht er rennt gar nicht zur grünen base oder so na also geht doch jetzt mach doch renn doch zur grünen base ich schieße ihn schon ab achso da hinten kommt wieder der sehr schön severanov behalt du die im auge bitte ich mach grün guck mal da kommt ein pinker in die mitte sehr schön sehr schön gekickt sehr schön so sonst noch irgendwas hier liegt an nicht so richtig ne geht gerade nicht so die party ab so boah ich muss unbedingt ausstellen äh ausstellen dass man mich im chat anschreiben kann ey das ist echt minimal nervig gerade so ein bisschen alter ich kriege ihn gerade nicht doch hab ihn sehr gut ähm der grüne macht jetzt das schwarze bett anscheinend kaputt aber dann hast du ihn jetzt sehr gut ok ok äh severanov severanov pass einfach weiter auf ich geh jetzt glaube ich zu grün mal eben ach ne der wurde getötet ach shit dann bleib ich hier hab ich ein bisschen zu viel angst mit dem guten equip ich bin grad ein bisschen am überlegen es hat keiner am bogen ne so was tun wir denn ok ok den kick da den ersten grün ich will ihm eigentlich helfen damit halt die grünen aus dem weg geräumt werden aber der der pinke kommt ne kommt nicht ok hm so äh pink 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 severanov hab ihn ich will eigentlich schwarz ein bisschen helfen weil der ist halt alleine und kämpft die ganze zeit so äh pink und kämpft die ganze zeit alleine so gut gegen die grünen das ist echt schon ein bisschen krass zwei kommen von pink ähm severanov pass auf ich geh zurück und schieße sie von hinten ab pass auf die mitte auf zack weg ist er die nude so ähm ich bauch unser bett ein ok du kannst zurückkommen severanov komm zurück ich denke du kannst äh mal zurückkommen dann machen wir jetzt erst pink pink doch severanov ich möchte pink machen die nerven ich hab angst dass die gleich sneaky zu uns kommen unser bett war auch richtig bullshit eingebaut das baue ich gerade ein bisschen besser ein das haben wir haben wir uns noch gar nicht drum gekümmert komm mal zurück severanov bitte und hol mir ne enderkiste komm bitte wir haben genug gold für unser leben wir haben genug gold für unser leben siehst du dahinten ist pink auch schon pink ist schon bei blau oder so so ja cool was ist das denn hier das kann man so schwer hier einbauen ey das ist ja schon nicht mehr feierlich alter okay so ähm ist wo ist der du musst halt schreiben wenn irgendetwas wichtiges ist okay ne ender chest kann man hier gar nicht hin planten war ne dumme idee egal brauche ich das hier einfach nochmal so zu ein bisschen kann ja nicht schaden so okay okay ähm ja komm wir machen jetzt pinks oder rano ich hab kein bock mehr auf den shit auf den stizzl ähm wir müssen halt rollen ausmachen du musst immer ein bisschen zurück gucken okay damit wir sehen wenn einer von grün kommt oder so und ich guck die ganze zeit nur nach vorne und schieße die pinken ab okay hier ist keiner am stizzl da rennt jetzt gerade ein gut equipter rüber aber so läuft das nicht tschüss tschüss gut equipter tschüss Sivranath du guckst immer ein bisschen zurück okay du bleibst sogar gerade ein bisschen zurück tschüss du bleibst ja richtig zurück so pink ist eine richtig schwule hässlige farbe finde ich Sivranath kommst du sonst bin ich hier so ein bisschen alleine weißt du habe ich nicht unbedingt bock drauf ja komm gib Gas ok go jetzt gib Gas digger hier ist ein gut equipter Sivranath ok hab ihn ich baue das Bett ab du musst schnetzen ich habe nicht mehr allzu viele Leben du musst einfach töten Sivranath töte töte und jetzt ist vorbei hast du beide? nein einen nicht egal ab zu unserem Bett ich renne zu unserem Bett du tötest den ok wir dürfen jetzt aufpassen dass wir nicht gekontert werden hier das wäre echt bitter aber ich habe alles unter Kontrolle glaube ich sehr gut Sivranath ok jetzt müssen wir uns nur noch auf zwei Teams konzentrieren das wird jetzt schön entspannt weil die haben auch nur einen Weg in die Mitte ich freue mich siehste wenn ich habe eben gesagt lass mal 8x2 spielen da werden wir gewinnen und ja ich will meinen Mund jetzt nicht zu voll nehmen aber ich denke man kann sein dass wir wahrscheinlich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen werden so ich bin wieder in der Mitte hat gut funktioniert unser kleiner Ausflug nach Pink war richtig routinemäßig ich habe jetzt auch nochmal ganz routinemäßig 34 Gold weil keiner von denen auf die Idee kam in die Mitte zu gehen was natürlich nicht immer allzu klug ist wenn gerade schon keiner da war woher würde die direkt den Anfall kriegen wenn ich die einmal getroffen habe was ist denn los ah Leidchens komm bitte 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 und nochmal gib mir noch den letzten Hit ach schade egal so äh Sivranov wo bist du gerade ja gute Frage wo bist du schreib mal bitte ich seh dich nämlich nicht und das ist schon wichtig dass man weiß wo der Mitspieler ist ach Base ok sehr gut hm weißt du was du jetzt machst du legst dein ganzes Equip weg legst dein ganzes Equip weg hast du gemacht dann rennst du zu türkis also da musst du von uns zu blau zu pink und dann bist du bei türkis und dann baust du dich von türkis hinten rum zu grün und dann zerstörst du deren Bild und ich lenke die in der Zeit ab und du tust dein ganzes Equip weg wenn du drauf gehst damit das nicht schlimm ist ok machen wir so Sivranov weil die sind die ganze Zeit mit schwarz und mit mir beschäftigt das könnte was werden also mach das bitte ja schön dass du auf mich hörst echt ich bin ich bin glücklich so du hast mich schon gehört was ich gesagt habe ne was klüger ist jetzt weil wir müssen jetzt ein bisschen sneaky agieren weil so können die uns da leicht runterschießen da hatte ich gerade auch schon bei pink ein bisschen Sorgen es sei natürlich wir lassen das jetzt schwarz machen weil schwarz ist ein Spieler und den kriegen wir wirklich ohne Probleme aber der schafft das halt nicht ist so sein Problem das ist natürlich auch richtig schwer für ihn weil die immer gut equipt sind und so ja das war es wieder für schwarz ok die haben beide Knüppel Sivranov bau dich sneaky von hinten dahin das könnte echt funktionieren ich lenke die gerade so ab das läuft wenn du dich dahin baust läuft auf jeden Fall oh sehr schön du bist schon bei pink et a schwarz go nein der schwarze baut den weg ab hör auf damit stopp alter willst du mich veräppeln ihr bekriegt euch bitte weiter hör auf damit ah sehr gut ok jetzt will der grüne weitermachen so wie sich das gehört ja kommt ja gar nicht in Frage was der hier jetzt für eine Aktion bringen wollte ok du bist bei 2 keys leg dein Equip vorher wechseln ran auf bitte bitte also deine Chatplan und so kannst du anbehalten aber dein Eisenschwert und deinen besten Bogen wenn du das hast dann schreib J in den Chat der hat mich gesehen habts gesehen gelb schade auch Meno ok Severanov dann machen wir es ganz altmodisch du kommst von da ich komm von der Mitte und dann rocken wir die Kiste ein grüner Tod nein oh schwarz baut sich zu uns ich töte den kein Problem mach du einfach da weiter schwarz ist kein Ding ja gut der hat es dann provoziert dass ich jetzt sein Wett kaputt mache das tut mir leid Severanov du hältst grün mit dem Schach in Schach komm zurück Severanov komm bau den Weg da wieder ab und komm zurück das ist glaube ich vorteilhafter tut mir leid wenn ich dich immer hin und her hetze aber schwarz will jetzt nicht mehr so richtig auf grün gehen und das macht mir ein bisschen Kummer jetzt muss ich mich dann um die kümmern hier so oh da kommt er schon der arme Junge was will der denn jetzt so pass auf ach jetzt baut er sich da so komisch hässlich zu was gg ach bist du runter gefallen Severanov ich wette ich bitte dich hab nicht dein Equip dabei gehabt ok hattest du dein Equip dabei Och Junge ich hab das jetzt ja immer vorher gesagt warum hörst du denn nicht auf mich Mann Severanov Severanov grün kommt über türkis zu uns Pass auf hol dir einen Bogen und töte die bitte ok ach du scheiße was haben die gemacht ok von oben war es dann doch nicht so sicher Severanov schwarz kommt auch es sei denn ich krieg ihn vorher nein Severanov schwarz kommt auch von beiden Seiten werden wir gerade angegriffen ok sehr gut jetzt konzentrieren wir uns nur noch auf grün ich baue den Weg hier ab damit die sich wieder zu uns bauen müssen und wir nicht in die Zange genommen werden können das ist nämlich immer ein Fehler wenn man in die Zange genommen wird also wenn die von zwei Seiten kommen können bei uns wären das dann sogar drei Seiten also baue ich mal besser den Weg hier ab Upsala zack 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 oh mein gott alter das ist hab ich mich erschrocken ey so ok ich bin wieder an unserer Base du stehst da oben überblickst die Lage und ich renne mal in die Mitte geht zu denen einer ist bei Türkis ok mach ich dann snack du die Base unter Control ok alter nein bitte nicht achso mein Inventar ist voll alter ich dachte ich dachte gerade wirklich kurz ich flieg vom Server ey ich wollte gerade mich aufregen Alter das sieht richtig cool die haben da so einen schönen Kreis gebaut das sieht richtig cool boah der wäre gerade fast runter gefallen Digga shit das war knapp so Moinsen er hat mich er hat mir eine Falle gestellt Siveranov er hat mich ok ich renne ich renne da jetzt nochmal hin boah shit aber wir haben genug Gold ich meine das macht nichts ich gebe ihm jetzt aber ohne Gold auf die Fresse ok Siveranov behalt einfach unsere Base bitte im Auge mach es diesmal bitte die darf jetzt nicht drauf gehen das wäre echt das Schlimmste was passieren kann solange du einen Bogen hast ist alles gut nein ich will nichts gib mir nichts ich mach das jetzt auf meine Art und Weise einfach wir haben genug Gold um uns neu zu equippen aber das will ich gerade gar nicht um mich neu mit vollem Equip zu equippen weil der hat halt diese Falle da und ich bin so dumm und bin auf die reingefallen wie kann man so inkompetent sein ey boah er hätte mich fast nochmal gehabt aber diesmal an einer anderen Stelle holy shit ey Alter diese Rückstoßstöcke das gibts nicht ich raste aus die sind viel zu overpowered scheiß Dinger ey schieß den ab Siveranov bitte den Rest mach ich also behalte ihn einfach im Auge ja und pass auf dass der aus der Mitte jetzt nicht rushed wär auch ein bisschen ärgerlich tatsächlich so ähm Blöcke ein zwei ich versuche jetzt deren Bett einfach zu kriegen ich hoffe das wird funktionieren Siveranov bald im Auge wo ist der siehst du ihn noch wenn ja dann ist gut zack versuch dir zu destroyen du kannst eben auch einmal das Gold aus der Mitte holen wenn du Bock hast weil der ist ja wo ist der gerade ich weiß es nicht ich versuche jetzt deren Bett kaputt zu kriegen lass das Gold ruhig in der Mitte liegen das hole ich dann gleich hab keinen Bock mehr auf den Penner ey der nehme ich jetzt schon wieder mit seinen Rückstoß alter es ist weißt du du kriegst Rückstoß wirst vor so einen Block gehauen und fliehst einmal über die ganze Map was soll das denn alter sind die Dinger krass ey okay ich hole jetzt das Gold boah Junge wer spammt mich deinem TS zu erstmal kicken so gut ähm ja ich hol das Gold alter die Dinger ne der hat mich vor ne Wand geschubst und ich bin in die andere Richtung nochmal genau so weit geflogen kannst du in die Aufnahmen reinziehen wie krass die Dinger sind ey oh pass auf lass dich nicht lass dich nicht von dem verarschen bitte okay aber jetzt mach ich es altmodisch wir haben jetzt richtig viel Gold also in der Kiste sind halt noch genauso viel vorher aber ich hab nochmal Gold geholt um mich voll zu erkunden und ähm jetzt werde ich ihn einfach selbst töten irgendwie ich krieg das schon hin so ich hol mir jetzt sein Bett wenn du einfach den anderen im Auge behältst und ihn nicht irgendwie kommen lässt wird das was aufheben lol er portet sich nach Hause ist ne kluge Idee ist ne kluge Idee so ähm okay warpowder hab ich zum Beispiel noch gar nicht wir können noch mal ein paar Fall ich mach mal ich platz hier ein paar Fallen und äh hol ein warpowder warpowder brauchen wir nicht wie Hilfe wann machst du den? ich komme ach da ist einer der das ist wahrscheinlich der mit dem Rückschussstock ne? ja ja siehste da so dein Rückschussstock ist am Arsch und du willst jetzt hier davon rennen das ist aber ne dummi alter ich bin richtig dumm ich kriech ihn nicht oh mein Gott alter ich bin so aufgeregt okay Sivranoff beide tot komm Sivranoff komm bitte ne komm nicht doch komm Sivranoff gib Gas töte die oh Sivranoff oh nein da musst du aufpassen aber egal da bin ich auch 10 mal gestorben alles alter wieso kriegt der mich da noch ich bin tot 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 mann das kann doch nicht sein wieso kriegen die mich immer so schnell down egal ich renne jetzt einfach zu denen Sivranoff hol die beste Zeküpp bitte alter ich will dein 64 Gold nicht Sivranoff bitte hol dir jetzt einfach bestes Equip mach schnell mach ausnahmsweise mal schnell dankeschön so mach bitte schnell Sivranoff beeil dich die kommen mach schneller Sivranoff mach schneller alter was machen die denn für einen Rückstoß das ist unnormal Sivranoff der kommt ne Sivranoff was brauchst du so lange der kommt nicht der ist in der Mitte jetzt hat er das ganze Gold du musst wieder in die Mitte und zwar schnell ja erstmal neue Equipment komm scheiß drauf jetzt Sivranoff gib Gas wir müssen jetzt rushen die haben jetzt gerade nichts jetzt holen die sich gleich einen Bogen ah egal kannst du nichts dran machen jetzt haben sie einen Bogen shit jetzt sind die fast ausgeglichen die Kräfte ja cool der hat einen Bogen Sivranoff komm jetzt mal ich brauche deine Hilfe also nicht hier hinkommen bitte bleib in der Mitte und versuch den abzuschießen das bin ich auf dem Dach ich bin auf dem Dach Sivranoff ok du schießt glaube ich gar nicht auf mich ok sehr gut alter ich sehe gar nichts ich versuch den mit dem Bogen gerade zu töten hab ihn aber nicht egal bleibt in der Mitte schieß die einfach weiter ab einfach abschießen dann wird alles gut boah ich versuch mein Bestes eh ohne Witz ich möchte das jetzt beenden Alter wir haben viel die grünen sind echt das war ärgerlich dass du runtergekickt wurdest sonst hätten wir es geschafft weil dann hättest du die getötet und ich hätte einfach das Bett abgebaut so wie bei Pink aber so läuft es halt nicht immer ok ich hab den mit Bogen ok jetzt hat der wieder so ein behindertes Schwert aber der mit Bogen ist tot das ist schon mal gut so überschätzt dich bitte nicht hol Essen ok ja schieß einfach weiter ab ich hab viel Essen dabei ok ähm schieß dich einfach weiter in der Mitte ich glaub einer hab ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen ist in der Mitte oder so ne Severanov ach ne jetzt bist du ok gut hier ähm hier pass auf schieß dich einfach weiter ab ich lenke dich einfach ab ok ich komm von Türkis nochmal ich versuch das nochmal wo alte diese diese Sache hier nervt dass man hier so weit unten ist und dann der Boden manchmal schwarz wird und wenn man springt wird der wieder hell ist ein bisschen nervig aber macht mir nichts so Severanov bitte tu nichts Falsches die haben vielleicht noch Gold Severanov pass jetzt auf das könnte echt mega gefährlich werden was du da gerade machst ja die haben noch einen Bogen die haben noch einen Bogen mach nichts Falsches Severanov geh zurück die haben einen Bogen pass auf weil die haben als sie als sie mich da gerade runter geschlagen hat hat der aus hat der kurz auf seinen Bogen geswitcht und dann auf seinen Stock ok pass auf ah no knockback der Ben x Dings hat einen Bogen und die haben beide Schwerter schieß die ab bitte du schaffst das Severanov du schaffst das so ähm man irgendwie müssen wir die doch kriegen ey ich hab kein Bock mehr auf das Scheißspiel hier ich hol mir jetzt einmal ein Eisenschwert ach kein Eisenschwert sondern so ein Dingschwert halt ne Silber Goldschwert meine ich doch und dann noch einen besten Bogen ach äh sehr schön einen hast du aber leider nicht den mit Bogen fuck egal ne kriegst du auch noch pass auf dass halt keiner zu deiner Stellung kommt weil wenn du jetzt stielst das wäre ärgerlich dann könnten die wieder schnell in die Mitte rushen boah kann das bitte mal hier beendet werden ey ich raste aus das dauert mir viel zu lange ja du weißt was aufpassen ist ne der schießt gerade auf dich sehr gut sehr gut gib ihm noch nen Hit dann wird er sich erstmal zurückziehen sehr gut ok ok die haben beide Waffen alter diese Rückstoßstöcker das ist so billig weißt du wie die die ganze Zeit an diesen verfickten Dingern campen an den verfickten Stellen und dann mit dem verfickten Rückstoßstock ein verficktes Ding auf mich schießen ok ich hol mir jetzt den besten Bogen und dann fick ich die von Türkis aus halt du einfach weiter die Mitte bisschen wieder den Weg in die Mitte halt mach das bitte 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 ich hol mir noch nen Trank der Stärke und nen Trank der Geschwindigkeit ah ne den Trank der Geschwindigkeit das ist sein den braucht man eh nicht auf dieser Map so ähm dann Blöcke essen nein essen essi 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 so ähm wie muss auf sorry nein warte alter Junge du kannst mir jetzt nicht antun boah alter ey alter das bitte nicht lass dich nicht auf so nem Niveau absinken wie die anderen Bad Wars Spieler ey ok ähm also nicht wie alle Bad Wars Spieler an euch jetzt sondern wie halt viele ähm ich hab selbst nur eine aber egal Severanov ich bau dir ein Bett kaputt oder wozu baust du die jetzt oh TNT scharfe deswegen oh shit alter das war eine kurze Überraschung Severanov bau den Weg ach ne die haben nen Bogen ne ok ich bring das Gold nach Hause ich hab nochmal wieder 32 Gold nämlich ach ja dein Gold hab ich jetzt natürlich nicht aber egal dann behalt das einfach du wirst schon nicht sterben ich vertraue dir dann mal ok ähm ich weiß echt nicht was wie ich das gerade machen soll ey die überfordern mich echt ein bisschen wir haben noch so viel Gold zu Hause als ob die uns kriegen come on hi der schießt wieder Severanov wir sollten nicht an der gleichen Stelle schießen ok er wird jetzt checken Och die haben beide wieder den besten Bogen ich habe ihm nochmal nen Hit gegeben er ist tot da ist der andere ok die werden jetzt wieder mit ihren scheiß Rückstoßdingern kämpfen aber die können nicht mal Severanov bleib du bitte weg erstmal kuckuck guck 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 one hit two hits Severanov du kannst kommen ich habe sie abgelenkt Okay, hat's Okay, weg Ja, sehr schön, GG Okay Siehens, hätten wir es mal gleich mit Stärke versucht Wäre eine Taktik gewesen Okay Leute, wenn ihr Wenn ihr es toll fandet Dann lasst einen Daumen nach oben da Nach oben Lasst einen Daumen hoch da Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert doch Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, haut rein und ciao